In diesem Video zeige ich dir, wie du ein Motivationsschreiben für einen Praktikumsplatz verfasst. Vielleicht brauchst du ein Praktikum während deiner Schulzeit oder auch im Studium. Ich zeige dir, wie das geht und habe natürlich auch ein Beispiel für dich. Wann und warum brauchst du ein Motivationsschreiben? Naja, das persönliche Anschreiben, das ergänzt deine Bewerbung. Es ist privater und informativer als das klassische Bewerbungsschreiben. Also einfach ein bisschen persönlicher. Allerdings verwischen die Grenzen zwischen beiden etwas, also zwischen Bewerbungsschreiben und Motivationsschreiben. In deinem Motivationsschreiben willst du den Arbeitgeber oder das Unternehmen von dir und deinen Fähigkeiten überzeugen. Du willst ja schließlich den Praktikumsplatz haben. Wie sieht das Motivationsschreiben aus? Das Motivationsschreiben, das ist ein formeller Brief, der zu einer Bewerbung hinzugefügt wird, ebenso wie ein Lebenslauf oder ein Anschreiben. Das Schreiben, das sollte nur eine Seite lang sein und die wichtigsten Informationen zu dir, zu deiner Person enthalten. Du musst eine klare Sprache verwenden, also nicht verschwurbelt schreiben, deine Informationen ganz präzise auflisten und natürlich deine Fähigkeiten und Skills erzählen. Das ist ja das Wichtigste und der Sinn des Motivationsschreibens. Bevor du loslegst, überlege, was dich ausmacht. Also, was willst du? Du willst Erfahrung sammeln, im Team arbeiten und diese Firma oder das Unternehmen kennenlernen. Was kannst du? Du kannst dich gut ausdrücken, klettern und Webseiten erstellen. Und was hast du? Du hast Durchsetzungsvermögen, Zielstrebigkeit und Ausdauer. Sehr interessant für ein Unternehmen. Und was bist du? Humorvoll, fröhlich und positiv. Oder halt etwas ganz anderes. Jeder Mensch ist ja anders. Wie leicht oder wie schwer fällt es dir, deine eigenen Stärken und Ziele zu benennen? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Schreib mir doch mal in die Kommentare, ob du das kannst. Ob du eine positive Sichtweise auf deine Fähigkeiten und deine Stärken hast. Und jetzt kommt das Beispiel eines Motivationsschreibens. Das Motivationsschreiben benötigt neben dem Inhalt auch einen Briefkopf. Natürlich mit deinen Daten. Also Name, Adresse, E-Mail und Telefonnummer. Ein Betreff, ein Datum, eine Grußformel und am Ende natürlich deine Unterschrift. Und so könnte es aussehen. Bewerbung für ein Praktikum. Sehr geehrte Frau Probst, mein Name ist Malte Zorn, 17 Jahre alt, Schüler an der Senta-Schule in Klasse 12 und auf der Suche nach einem Praktikum. Ich habe erfahren, dass sie im Dezember 2033 einen Praktikanten suchen und möchte mich hiermit bewerben. Ich bin sehr interessiert an einem Praktikum, weil ich mir meine Zukunft in diesem Bereich gut vorstellen kann. Die Technik des Internets hat mich immer interessiert und ich beschäftige mich damit schon lange. Außerdem bin ich gerne Teil eines Teams und mag neue Herausforderungen. Ich bin zuverlässig, pünktlich und arbeite gerne selbstständig. Durch meine bisherigen Erfahrungen habe ich gelernt, mich schnell in neue Aufgaben einzuarbeiten. Den Mut und das Selbstbewusstsein, schwierige Aufgaben anzupacken, habe ich auch. Durch mein Hobby Climbing weiß ich, wie wichtig es ist, dass andere sich auf mich verlassen können. Ich bin davon überzeugt, dass ich mit meinen Fähigkeiten und meiner Arbeitsmotivation eine wertvolle Unterstützung für Ihr Unternehmen sein werde. Darf ich mich in einem Gespräch persönlich vorstellen? Mit freundlichen Grüßen Malte Zorn, Anlage Belege erstellter Webseiten und Kletterurkunde. Und wir haben hier eben den Absender, den Betreff und den persönlichen Gruß am Ende. Und so gehst du vor. Schreibe dein Motivationsschreiben am PC und speichere es als PDF ab. Genauso wie dein Bewerbungsschreiben oder deinen Lebenslauf. Dazu haben wir hier übrigens auch noch ein Video. Schau dir das ruhig mal an. Am besten verbindest du dann alle deine Dokumente zu einem einzigen PDF-Dokument und benennst es eindeutig. So kannst du deine Bewerbung mit dem Motivationsschreiben, dem Lebenslauf, deinen Dokumenten und einem Anschreiben versenden. Nenne es Bewerbung, Praktikum, dein Name und das Jahr. Und vermeide auf jeden Fall diese blöden Fehler. Das muss wirklich nicht sein. Erstens, du passt überhaupt nicht zum Anforderungsprofil der Stelle oder des Unternehmens. Da musst du dich auch nicht bewerben. Zweitens, du machst Rechtschreibfehler und Grammatikfehler. Lass dein Schreiben nochmal prüfen, bevor du es abschickst. Drittens, du schwafelst herum und kommst nicht auf den Punkt. Auch ganz schlecht. Und viertens, du hältst die Formalien nicht ein. Aber das muss ja nicht sein. Ich habe ja hier erklärt, was in das Schreiben gehört. Alles verstanden? Okay, dieses Video ist von Lernförderung.de und ich bin Uta von Lernförderung.de und ich drücke dir beide Daumen, damit du deinen Praktikumsplatz bekommst. Mit diesem Motivationsschreiben kann eigentlich gar nichts schief gehen. Viel Glück!